Ich habe vor drei Jahren die Lauer-Crew gegründet. Ich habe jetzt einen Treffer anstellt und sie wachten mit dem Auto. Es ist richtig geil daran gekommen. Wir mussten sehr viele Bewilligungen einholen. Es klappt alles. Wir mussten mit der Gemeinde zusammenarbeiten, mit der Polizei. Ausser dass es der Verkehrsschall auf dem Moment bleibt. Es ist soweit gut herausgekommen. Die anderen sind sicher zufrieden. Wir können sicher auch noch ein Treffen machen. Über den Bären. Wir müssen nachdemonstrationen auf das Ziel machen. So viel Geld hat unser Thema in der Bären. Wir müssen nachdem ihr EM-Strand. An deinem Meer-Navis-Stadt mal anstrengen. Einfaches Geld. Wir müssen nachdenken. Wir müssen den Bären. Der Bären. Werden wir. Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.